Herzlich willkommen zur Einweihung der Allianz Foundation. Wenn wir uns hier im Sauriersaal des Museums für Naturkunde einmal umschauen, dann bekommen wir eine Antwort auf die Frage, wie sah unsere Welt eigentlich vor 150 Millionen Jahren so aus? Und welche Konsequenzen hat das auf unser Leben heute? Für unsere Arbeit in der Stiftung wollen wir diese Frage umdrehen. Keine Angst, wir wollen jetzt nicht 150 Millionen Jahre in die Zukunft schauen, aber wir wollen ganz, ganz bewusst die Gegenwart aus der Zukunft heraus betrachten. Uns die Frage stellen, was haben die Probleme von morgen mit den Lösungen, mit dem Mut, aber auch mit dem Verantwortungsgefühl von heute zu tun? Die Idee, dass jedem Menschen auf diesem Planeten, egal wo er heute lebt, ob er heute oder in 50, in 100 Jahren geboren wird, die gleiche Chance hat, ein würdevolles und erfüllendes Leben zu führen. Und dass diese Herausforderung, das genau in dieser Dreiheit, die die Stiftung trägt zwischen People, Society und Planet in neue Gleichgewichte zu bringen. Und für diese Formen der Debatten und Auseinandersetzung brauchen wir geeignete Formen der Sprache. Und Kunst liefert uns diese erweiterte Form von Sprache. Und für diese Formen der Sprache. Da ist ein Platz im Herz. Das wird niemals fühlt. Das wird niemals fühlt. Wie sorgen wir dafür, dass alle in einer gerechten, zukünftigen und auch schon ein bisschen aktuellen Gesellschaft die gleichen Chancen haben, sich zu entfalten, zu wachsen? Die Lebensbedingungen der nächsten Generation zu verbessern ist nämlich das Herzstück der Allianz Foundation. Gibt es Mut? Gibt es Hoffnung? Und die Antwort kann ich jetzt schon sagen ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017